KI kann tatsächlich Musik komponieren, Bilder malen oder auch Geschichten schreiben. Es gibt zum Beispiel KIs, die haben gelernt zu komponieren, indem sie mit den Partituren, also den Noten von Mozart, Bach oder Beethoven trainiert wurden. So ähnlich funktioniert das auch beim Malen. Eine KI wurde hier auf einem Datensatz aus 15.000 echten Gemälden trainiert und hat dann selbst ein neues Bild erschaffen, das sie noch nicht mal selbst wieder von den echten unterscheiden konnte. Allerdings handeln die Maschinen hier immer auf Basis bekannter Muster. Das sollte man nicht mit Kreativität verwechseln. Eine KI ist zurzeit nämlich nicht dazu imstande, wie ein Mensch zum Beispiel eine völlig neue Musikrichtung zu entwickeln.